so hallo wir müssen jetzt mal schneller aufnehmen es ging schon wieder nicht hier man kann cheaten das habe ich herausgefunden das ist geil wir haben die zahlen dann noch freigeschalten und auch eine neue die sieht man aber nicht dass das scheet ist aber wir müssen alle strecken nochmals machen und ja ich kann mehr als 5 Minuten aufnehmen mal die Parts nachdem ich finde auch minus über 40 Minuten aufgenommen hat nein sie haben nichts gesperrt ich bin jetzt aber wieder in die nächste zusatz zu einmal aufgrund dann so halten wir uns schon wieder mal irgendwas ja und es ist aufgefallen ja keine Videos sind nicht in den Trends oh nein das ist natürlich klar macht das ja auch noch weil es mir Spaß macht wenn mir das gefällt hier das aufzunehmen und zu spielen und zu kommentieren naja nicht so oft bei den angezockten Stars habe ich nicht kommentiert aber das ist jetzt schon der vierte Anlauf für diesen Parten aufnehmen müssen mal dabei sein so macht das also ich überspringe nicht indem ich die Titel nein zeigt euch das macht das noch mal die Arbeit nehmt nehmen so der Diener also sein leider ja durch den Anlauf doch vor fünf schon frei aber wir machen natürlich alles der Reihe aber wir wollen es doch gut machen also schon nicht viel im Startmenü für diesen Parten mal umschreiben aber ich kann ja mal umschreiben ich bin ehrlich zu ruhig bei der schnellen Turnpengu irgendwo in den Parten neiin Also hier ist die Strecke Eul, ähm Eul, das ist so eine Art Öl, der in vielen Rohren, naja ein bisschen dreckig und ähm es sind wohl schon ein paar Leute, die jetzt auch so aus Hartzett hergekommen Und dann haben sie sich ein bisschen Öl übrig, denn, also nein, die haben ich nicht gekonnt, sondern dann muss ich wohl erstmal Öl übrig, denn, oh, jetzt fahre ich noch draußen Aber diesmal sind die anderen, nur weil ich dann draußen eigentlich ziemlich gut, ich habe ihn nicht überrundet Ich finde, wenn man da nicht in der Ecke hängen bleibt So, war auch ein bisschen, da hat es war jetzt SS-Tool-Aim Ja, hm, ich bin so ruhig hier Oh, wieder Slowmotion, aber ich bin hängen geblieben Ich bin hängen geblieben Ich weiß gar nicht mehr, welches Fahrzeug jetzt alles zu fahren würde, als ich mal vorne bin Oh, hm, ich spiele das Slowmotion Ah, die beiden, auf jeden Fall Ja, die beiden, die beiden sind in der ersten Ich bin jetzt fast durch Ich muss auch irgendeine Rekmail entering die Tür zu Parken gehen, wenn wir der Papa sind besprochen Werden wir sehen Werden wir sehen aber rein auf tisch ist die strecke eigentlich ganz gut ich glaube dass es erst die vierte ist aber wie ihr schon gelesen habt es kommen viele strecken über graslandschaften und naja und schnee und büste noch einige und wir haben es geschafft und eingebaut aber wir haben noch nicht nur die und die ganze Zeit dann gibt es noch mal eine gute die die weiße die weiße die weiße die weiße wie ich weiße . Okay , ja. Für die Ecke, bitte. Gehe zu Ende. Ich bin der Oster, über eine Kartei, besser zu Ende. Weil die Videos machen sie nicht so lang 44 Minuten Man denkt sich so Oh je geil Ich darf mal so Vielleicht darf man auf jeden 3 checken Ich weiß nicht, ja Ich finde jetzt noch etwas kurzeres, aber dann wird es wieder etwas länger Aber in jeden Fall Zeit rauskommt Dann werden wir noch mal einen checken Gleich überrundet Gleich überrundet Ist ja aber nicht überrundet Jetzt Ist doch schon ein bisschen hart wie zu überrunden So, das lässt dann aussehen wenn es schon ein bisschen höher wird So, das lässt dann aussehen wenn es schon ein bisschen höher wird Zu mal Was ist ja Fa upfafafafafafafafafafafafafafat Gleich halbem wir Schaff aapfaj Einemmüde Und der Ander muss noch zeigen Wenn wir das mit Das war's auch für den zweiten Part, wir sehen uns mal beim nächsten Mal, wenn wir den Institut suchen. Tschüss.